Es muss ein Gebäude sein. Es muss ein Gebäude sein. Halleluja Also, ich kann selbst trainieren für Negotiations und so, aber muss mal gucken. A new Master Grade. In Winter... 14.7. Okay. Ich brauch nochmal eine andere 4. Talent Upgrade. New Evidence. Oh, ich könnte versuchen mit Espionage. Ich hab ja in meinem Haus was für Espionage. Mal gucken. Okay, meine Jungs sind noch da. Um. Hand... Handicraft. Espionage. Ein Spionage. Ich habe ja jetzt mit Spion. Einen Stein. Okay, damit kann ich den dann erpressen oder sowas, nehme ich mal an. Okay, damit kann ich den dann wiederholen. Yes. So, es ist aufregistert. Mhm. Ries ist nicht da, okay. Okay. Okay, damit wir mit Daniel. Yes. So, jetzt haben wir zwei Journey. Ah, guck mal, die sehen auch grad ganz anders aus. Ah, guck mal. Ah, guck mal. Pause. Komm mit Burglary. Und zwar... Die zwei gehen raus. Wir starten Burglary. Und da Drew, die arme Sau mit der Pest, unterwegs ist, der darf dann Leute beklauen. Nachtwatchman. Oh. Seit drei Jahren. Dann lass mich doch mich bewärmen, wenn ich den dann schon kann. Zeitwatchman. Ah. Fly. Gender. Fencing Master. Hat ich nicht... Master... Fencing irgendwie... Hm. Nein, nein, nein. An attempted Burglary has failed miserably. Wie, warum? Muss ich das nachts machen? Wär wahrscheinlich besser bei einem Jahr, ne? Jazz ist noch unterwegs, ne? Auf geht's, Jungs! Jetzt haben wir noch Equal Change, Least Prizes, lausy. Necromancy is forbidden. Okay. Achso, jetzt könnte ich ja noch meine Punkte auf... Handycraft. Business Punch-Harding. Okay, ich bin... already dran. Hatte ich noch andere Skills? Evidence, Espionage... Negotiation... Open. Spionage... Don't counsel. Don't counsel. What? Ah ja. Cannot improve negotiation. Wenn ich Handycraft habe... habe ich noch zwei Jahre, die ich... Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ich denke mal, ich werde einen ausbilden in... ähm... besser ausbilden in Spionage. Besser ausbilden in Spionage. Könnte ich eigentlich auch mal hingehen und... ausbilden in Spionage. Keine Intelligence. Keine Intelligence. Ähm... Wie sieht's aus mit Evidence? Das... Spionage ist dran. Okay. Wer ist denn... Sie haben... Die du mehr, sie haben... Ja, ich glaube, was... Ihr habt... Ihr habt... Ihr habt... Ihr Team in der Handicraft-Talent. Das haben wir... Es geht schon weiter. Und... Du wirst... Wernst du... Sie haben... Woh... Ja... Woh... Die sind noch nicht da. Lass uns noch ein bisschen Handicraft üben. Kostet mich auch nur einen Action-Point. Zwei von den Jungs, die noch unterwegs sind. Dann lass mich gucken. Drew. Yes. Du wirst jetzt in Stealth trainieren? Aha. Die anderen zwei haben doch noch was geschafft. Ich weiß nicht, inwieweit Stealth auch für einen Einbruch vonnöten ist. Jetzt bin ich wieder rausgegangen, das war nicht mein Plan. Ähm. Wo sind die denn? Hab ich... Ah. Auf dem Weg. Es ist time to go home. Schade, ausgerechnet jetzt, wo sie wiederkommen, aber... Oh, Kanzler... Ach, ist das jetzt die Entscheidung über meinen... Die Honorable Office of town Bailiff ist jetzt beschlossen. Wie komme ich? Wahrscheinlich nicht. Oder? Ja, und jetzt? Okay, Sengst. Detectors are at last King suffering from rare disease. Working hours. Neun Punkte. You have managed to improve your skills and the handicraft talent a little. Practice this talent regularly and you will soon notice a significant improvement. Okay. Ähm... Was die... Hm? Was ist der Plan? Trainieren weiter Combat. Auch wenn die schon... Oh. Ja. Auch wenn die schon ziemlich gut sind. So. Ähm... Was haben wir hier? Talent Upgrade. Mhm. Office open to you. Spy! What? Ich kann selbst ein Spion werden? Apply chamber. Da. Council Informer. Warte, was ist mit... Ja, warte, ist die nicht mehr Council Informer? A wedding is held. Mhm. So. Ähm... Ja, aber ist nicht mein... Ich... 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 Ich weiß nicht, ich hab den doch beschatten lassen oder nicht? Muss ich da jetzt nicht. Sechs. Können die überhaupt noch weiter? Hm... So. Jetzt bin ich jetzt auch noch Stealth. Der Papa ist tot. Long live der Papa. Einer von zwei Händler hat trainiert. Ja, ja. Was ist das? Aber ich frage mich immer noch, warum meine Espionage nichts gebracht hat. Bisher ist die... Okay. Hm. Hahahaha. Should I break in somewhere? Es wäre eigentlich nicht verkehrt, da gibt es eine Menge Kohle zu holen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich dafür erstmal Stealth. Trainieren muss. Das ist ziemlich gründlich. Es gibt jetzt wahrscheinlich erstmal eine Nullnummer. Aber... Ja. 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 Das ist... Das würde ich sagen. Das würde ich sagen. Blackmail someone. Insufficient for blackmailing. Use of perfume. Ha. Ja, stimmt. Das ist verboten. Accused. Oh shit. Ähm. Dann lass mich grad noch... Sorceress. Sorceress. Ohohohohohohoho. Quasi ne Hexe. Ups. Das tut mir jetzt fast schon leid. Also ich denke mal Einbrüche müsste man dann doch nachts machen, weil die habe ich jetzt jedes Mal tagsüber gestartet. Ähm. Von daher... Hundert Prozent. Heißt das, der hat... Da ist ja noch ein Training. Einige Henschmer hat sich zu trainieren. Einige Henschmer hat sich zu trainieren. Okay. Einige Henschmer hat sich zu trainieren. Saa... Fieum. Ok, dass wir ein bisschen Geld machen noch. Lass mal kurz... 1-year as Journeyman. Ach so. Promote. 1-year as Journeyman. 1-year as Journeyman. Ok. Ok. So, kann ich jetzt eigentlich... Options? Achieved an initially Master Grade to enhance your burning by one level. Rooms. Store room. Oh. It's time to go home. Ok. Underhand Measures. Ah, Spionage. Personal Cost. Ja, gut. Oh, was haben wir denn hier? Das ist ja meiner. Das ist ja ein neues Office, der zwischen der Stadt informiert wird. Es sind vier Applikanten. Du bist ja nicht. Ja. Du bist ja nicht. Ich muss ja nicht mehr aufbekommen. Ja, das ist nicht. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Ja, du bist ja nicht. Habe ich irgendwie verpasst mich für irgendwas zu bewerben? Keine Ahnung, ob ich jetzt, aber ich bin ja nur Citizen momentan. Von daher. Okay, ich habe 500 dazu verdient. Ah, das ist noch nicht da, okay. Um. Okay. Yes, I want to improve. Das ist ein Veränderungsveränderungsveränderungsveränderungsveränderung. So. Is das work? Yes, Master. If you say so. Okay. 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 Rusty Nails. Yes, please. Pitch. Yes, please. Ach, das ist das Symbol für Training. Oh, und da war eine offene Stelle, ja. Um. Oh. 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 Ich könnte jetzt im Knast landen. Silence, please. I hereby open the proceedings. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist eins zu gehen. Okay. Das is jetzt schon, ich weiß nicht. Alles gut. Es ist so, ich weiß nicht, dass du dazu bist. Es ist so, ich weiß nicht. Es ist vorall, wir kommen wieder ins Angriffen. Das ist illegal. Oh, was ich weiß nicht? Das ist so. Ich werde mich nicht delight. Das ist so. Ich bin aber auch nicht. Not guilty! Without a doubt! Not guilty! Not guilty! The defendant is thus acquitted. The court costs will be worn by the plaintiff. This concludes the trials. Okay. Das war nicht gut. Das hat mir eine Menge gekostet. Torture is forbidden. Meinetwegen. And the hideout. Warte! Ich kann jetzt ausbauen! Ich kann das Smuggler Hole, glaube ich, ausbauen, oder? Ja. Okay. Ähm. Die Jungs sind immer noch am trainieren. Ja. So toll.